Hallo, mein Name ist Kai Spriesersbach und heute zeige ich euch mal Jasper. Wie ihr sehen könnt, hier auf dem Dashboard, ich habe den Boss-Mode aktiviert. Falls ihr noch keine Subscription habt für Jasper, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr über meinen Link kai.im.jasper euch anmeldet, dann bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich der Preis dadurch nicht und ihr bekommt sogar noch 10.000 Credits extra. Ich würde euch auf jeden Fall den sogenannten Boss-Mode hier empfehlen. Ihr müsst selber mal schauen, wie viele Wörter im Monat ihr schreiben wollt. Wenn ihr alleine seid und erstmal anfangen wollt, dann reicht mit Sicherheit auch 50.000 Wörter hier pro Monat. Dann geht es bei 59 Dollar los. Wenn ihr alleine mal überlegt, was ihr für einen Artikel mit, sagen wir mal, 1.000 Wörter bei einem freiberuflichen Text bezahlen würdet, dann sieht man, dass sich das sehr, sehr schnell rechnen kann. Natürlich wird es dann irgendwann auch teurer, wenn man mehrere Mitarbeiter gleichzeitig sozusagen im Tool nutzen will und auch sehr viele Wörter irgendwann generiert. Dann kann es auch durchaus, wie man hier sieht, 600 Euro oder Dollar im Monat sein. Aber dann ist man schon mit einer sehr, sehr großen Redaktion da unterwegs. Und dann sind die Tool-Kosten anteilig an den Personalkosten oder den Gesamtkosten natürlich dann zu vernachlässigen, fast schon. Gut, also ich wollte euch auf jeden Fall mal zeigen, dieser Boss-Mode ist ganz wichtig. In der Starter-Version habt ihr eben nur die normalen Templates. Wenn wir jetzt mal in Jasper gehen, das sind eben so Dinge wie einen Absatz zu generieren, das AIDA-Framework zu nutzen, also quasi Aufmerksamkeit, Interest, Desire, Action, Inhalte zu verbessern oder so. Das sind alles aber nur relativ kleine Tools, die eben für eine ganz bestimmte Aufgabe erstellt wurden und auch in der Regel sehr stark in der Länge beschränkt sind. Und das ist auch das größte Argument oder der Hauptgrund, warum ich eigentlich nur noch im Boss-Mode arbeite. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Dokument oder einen neuen Blog-Post schreibe, starte ich immer hier mit Document New und dann kann ich entweder from scratch starten, dann komme ich direkt in den Long-Form-Editor oder was sich sehr anbietet, ist erstmal mit diesem Blog-Post-Workflow zu starten. Denn hier fragt jetzt Jasper quasi erstmal alles ab, in welche Richtung der Inhalt gehen soll, für wen er geschrieben werden soll und was er damit bezwecken wollte. Das ist eben ganz, ganz wichtig für die KI, um den Kontext zu verstehen. Es ist ähnlich eigentlich, wie wenn ihr mit einem freiberuflichen Texter zusammenarbeitet, wenn ihr nur sagt, schreibt einen Text über, keine Ahnung, WordPress-Hosting oder so, dann kann es halt passieren, dass ihr irgendwas kriegt. Ihr müsst da quasi genau sagen, ja, was der Ziel, das Ziel eben, also je mehr Kontext, je mehr Kontext ihr hier liefert, desto besser sind die Ergebnisse. Das findet man auch relativ schnell raus, wenn man einfach mal ausprobiert. Also das ist eigentlich, macht viel Spaß und ihr könnt da nichts falsch machen. Ihr könnt alles jederzeit wieder rufen oder neu generieren oder ändern und nochmal ausprobieren. Ich fange hier einfach mal an zu schreiben. Mein Blogartikel soll sich jetzt hier auf WooCommerce-Hosting beziehen. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert, weil, ja, von WooCommerce selber gibt es auch ein Hosting und hier gibt es auch einige Anbieter, die empfohlen werden, aber es sind natürlich alles internationale Hoster und gerade für deutsche Kunden, die brauchen natürlich einen Anbieter aus der EU, damit sie datenschutzkonform eben ihren Shop hosten können. und darauf möchte ich sie in dem Beitrag eben hinweisen, noch sagen quasi, worauf es ankommt beim WooCommerce-Hosting und so weiter und versuche jetzt einfach mal mit Jasper hier zu einem schnellen Ergebnis zu kommen. So, das heißt, ich fange hier an zu beschreiben, was ich möchte. So, ich habe jetzt einfach mal Folgendes formuliert. Schreiben Sie einen Blogartikel über die Auswahl des richtigen WooCommerce-Hostings. Gehen Sie darauf ein, welche Anforderungen WooCommerce, aber auch WordPress an ein Webhosting stellt. Geben Sie Empfehlungen ab, worauf ein Hosting-Kunde achten sollte, insbesondere mit Blick auf den Datenschutz in Deutschland und die TTDSG, DSGVO bzw. GDPR, also quasi die, ja, relevanten Datenschutzgesetze. Keywords ist optional, kann ich angeben, muss ich nicht. Ich würde es aber hier auf jeden Fall mal testen und zwar WooCommerce wäre ein Keyword, Hosting und entweder ich könnte jetzt hier wirklich Datenschutz nochmal als Schwerpunkt reinnehmen. Ich würde jetzt aber auch einfach erstmal mit WordPress starten, weil ich kann ja quasi auch mich nachher im Texteditor, das werdet ihr sehen, selber bestimmen, dass eben gewisse Themen noch vertieft werden müssen, dass noch irgendein Aspekt mit reingenommen werden muss, der noch fehlt und so weiter. Genau, jetzt gehe ich einfach auf Continue. Dann kann ich, wenn ich will, einen Titel eingeben, also einen Titel für diesen Beitrag oder ich kann auch sagen, generiere mir doch einfach mal Ideen. Das finde ich immer besonders spannend. Das heißt, er bekommt jetzt diese Info, die ich eingegeben habe und generiert hier das beste WooCommerce Hosting, wie Sie das richtige für Ihren Shop auswählen, wie Sie das richtige WooCommerce Hosting auswählen, Anforderungen und Empfehlungen, den finde ich schon ziemlich gut. WooCommerce Hosting, was Sie über den Datenschutz in Deutschland wissen müssen, das würde ich mir mal in die Zwischenablage packen, weil das könnte durchaus eine sehr schöne Zwischenüberschrift für einen weiteren Absatz sein. Es sollte aber jetzt nicht unbedingt Haupttenor des gesamten Artikels sein. Wie Sie das richtige WooCommerce Hosting auswählen, Anforderungen, Tipps und Empfehlungen, den finde ich auch sehr, sehr gut. Ich würde sagen, den nehme ich mal. So, jetzt kann ich auch sagen, ich schreibe selber eine Einleitung oder ich generiere mir natürlich eine Einleitung. Ich habe jetzt hier auch die Wartezeiten nicht geschnitten. Das heißt, es war gerade Echtzeit. Ihr seht, wie schnell das geht. Wenn Sie einen Online-Shop mit WooCommerce einrichten wollen, brauchen Sie ein Webhosting, das auf diese Aufgabe zugeschnitten ist. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl eines WooCommerce Hosting. Hier sieht man schon, hier wird der Leser gesiezt, erklären wir Ihnen. Wenn man das nicht möchte, es gibt zwar die Einstellungsmöglichkeit in Jasper, formell, informell, also man kann less formal oder more formal oder informal sagen und so weiter. Es kann aber auch sein, dass es manchmal trotzdem Sie und Du vermischt oder je nachdem, was halt gerade rauskommt. Man kann das aber auch in seinem Briefing hier oben noch mit reinschreiben. Also quasi sprechen Sie den Leser mit Sie an oder mit Du an oder so oder verwenden Sie einen persönlichen Stil und so weiter. Das lässt sich aber auch manuell relativ gut immer noch anpassen. Gut. In meinem Fall ist es Ihnen völlig in Ordnung. Es geht aus meiner Sicht beim WooCommerce Hosting in der Regel um B2B-Kunden. Also ja, wer einen Shop hat, ist in der Regel ja auch im professionellen Bereich unterwegs und dann kann man auch ruhig das C, finde ich, im Blogartikel verwenden. So, also in diesem Artikel erklären wir Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl eines WooCommerce Hostes achten sollten und geben Tipps, wie Sie den besten Anbieter finden. Außerdem gehen wir näher auf den Datenschutz ein und die Anfang der neuen GDPR-Verordnung. Das ist natürlich ein relativ gutes, knackiges Intro. Neu ist GDPR nicht mehr. Okay, das kann man aber auch rausnehmen dann. Schauen wir mal jetzt zwei an. Wenn Sie WooCommerce für Ihren Online-Shop Host nutzen möchten, gibt es einige wenige Hosting-Anforderungen, die Sie beachten müssen. Den finde ich nicht so gut. Wenn Sie mit WooCommerce verkaufen wollen, brauchen Sie einen Web-Poster, der kompatibel ist. WooCommerce und WordPress sind beides sehr beliebte Plattformen. Damit werben viele Hostinger mit. Allerdings sind sie nicht gleich. Außerdem geben wir einige Tipps, wie Sie den richtigen Anbieter für Ihre geschäftlichen Anforderungen. Das finde ich nicht schlecht. Ich würde jetzt fast am liebsten eine Melange sozusagen, einen Merger machen aus den ersten beiden. Von daher, ich kopiere jetzt einfach mal schnell den ersten in die Zwischenablage, verwende aber diesen hier. Und jetzt bin ich eben fertig und kann in den Editor gehen. Und jetzt seht ihr, was passiert ist. Er hat hier den Titel, den ich generiert habe, das Briefing, das ich eingegeben habe, die Keywords übernommen. Language steht auf Deutsch. Und dann eben diese Intro, die ich vorhin auch generiert habe, hier übernommen. Ich kann jetzt nochmal die erste Intro, die mir auch ganz gut gefallen hatte, hier reinkopieren. Erkläre ich jetzt erstmal kurz das Interface, bevor wir hier jetzt anfangen, diesen Blogartikel zu schreiben. Oder besser gesagt, weiter zu schreiben. Ein Feld, was wir noch nicht besprochen haben, ist Tone of Voice. Das heißt, ich kann hier sagen, schreibe im Stil von, keine Ahnung, Joe Rogan oder schreibe im Stil von Shakespeare oder so. Dann imitiert quasi die KI einen Schreibstil von jemandem. Ich kann aber auch einfach sagen, Professional zum Beispiel. Das finde ich eigentlich immer für, ja, alles was so Fachblogartikel, gerade im B2B, würde ich hier mal Professional Voice einfach nehmen. Das ist immer ganz gut. Klar, Deutsch wollen wir hier schreiben. Hier sieht man auch schon, wie viele andere Sprachen noch unterstützt werden. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr die große Version bucht, also das geht auch wieder nur im größeren Paket von Jasper mit dem Boss-Mode, könnt ihr hier die Output-Length auf L stellen, also longer. Ja, sonst ist das, was er gleich generiert, immer recht knackig. Genau. Jetzt machen wir jetzt hier erst einmal den Blogartikel mit der H1. Da würde ich jetzt einfach mal den Titel hier noch übernehmen, dass ich hier wirklich sehe, wie der Blogartikel dann aussehen könnte. So, und jetzt mache ich ein Merge aus diesen beiden generierten Intros. So, ich habe das jetzt einfach ein bisschen umformuliert und aus diesen zwei generierten Abschnitten im Prinzip eine schöne Einleitung geschrieben. Und jetzt ist eben die Frage, wie baue ich meinen Blogpost auf? Nun könnte ich erst einmal in die Recherche gehen und schauen, ja, was schreiben die, die derzeit zum Beispiel in den ersten Suchergebnissen gefunden werden? Über was schreiben die? Wo legen die ihre Schwerpunkte? Wie möchte ich mich da vielleicht einordnen? Wie kann ich das vielleicht sogar noch besser machen? Oder ja, finde ich vielleicht nochmal einen anderen Aufhänger, der das ergänzt oder der vielleicht sich abhebt vom Rest? Das heißt, ich möchte jetzt hier aber einfach mal zeigen, was Jasper kann. Und deshalb starte ich tatsächlich jetzt einfach mal ohne eine Vorabrecherche. Also ich kenne mich natürlich schon relativ gut mit dem Thema aus. Aber auch wenn ihr keine Ahnung habt mit dem Thema, könnt ihr mit Jasper einfach mal loslegen. Und zwar könnt ihr jetzt ganz ähnlich wie diese Templates quasi einzelne Funktionen aufrufen. Dafür müsst ihr jetzt aber nicht in diese Templates reingehen, sondern könnt die Funktion direkt aus dem Texteditor ausführen. Eines der beliebtesten Templates hier ist dieses sogenannte Blogpost Outline. Damit lassen sich dann eben Listen erstellen im Prinzip, eine Grundstruktur, Zwischenüberschriften, wie auch immer, Aufzählungen, wie man das nennen möchte, für Blogposts. Ich zeige euch das einfach mal hier in diesem Template. Wie gesagt, wenn ihr nicht den Bossmode bucht, könnt ihr dieses Template immer nutzen. Hier müsste ich jetzt den Titel des Blogposts einfügen und ich kann auch wieder hier den Tone of Voice. Aber ihr merkt ja schon, 80 von 80 Zeichen erreicht. Hier ist tatsächlich dieses Feld limitiert. Das heißt, ich muss jetzt hier nur diesen ersten Teil des Titels kann ich nur übernehmen. Da würde ich wieder Professional sagen. Hier auch Language Option, ganz wichtig eben. Deutsch ist noch Beta, klar, ist noch nicht perfekt, aber funktioniert schon ziemlich gut. Und die Formality, das war das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte. Eben Morph Formal, das ist quasi mehr so Sie. Less Formal ist mehr Du. Aber wie gesagt, das kann auch manchmal nicht ganz sich daran halten. Ich sage jetzt einfach mal Morph Formal, weil ich habe jetzt schon mit Sie und Ihnen angefangen. Und hier kann ich dann sagen, wie viele Outputs ich gerne hätte und generiere die einfach mal. Auch hier habe ich jetzt die Zeit nicht gestoppt oder das Video geschnitten. Das war jetzt Echtzeit. Also es geht wirklich schnell. Und jetzt bekomme ich hier verschiedene Aufzählungen, wie eben die Grundstruktur des Artikels aussehen könnte. Also zum Beispiel erstens, was ist WooCommerce und was sind die Vorteile, wie Sie das richtige Hosting auswählen, die verschiedenen Arten von Hosting, Faktoren, die man berücksichtigen sollte und dann wie man den Shop einrichtet. Okay. Die zweite Variante wäre, was ist WooCommerce und die Vorteile, wie man das Richtige auswählt, die verschiedenen Arten von Hosting, Faktoren einrichten. Und dann kommt hier noch Tipps zur Optimierung der Leistung. Okay. Dann haben wir die dritte Variante, worauf man achten sollte, das Richtige finden, die Bedeutung von Geschwindigkeit und Leistung, Tipps zur Optimierung, häufige Hosting-Probleme und Empfohlene. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich kann auch hier sagen, Good Completion. Über dieses Feedback bessert sich auch das Tool. Also wenn ich jetzt hier auch mal Quatsch drin hätte, das ist jetzt nicht Quatsch, dann könnte ich aber auch hier sagen, Pur. Oder kann das auch direkt in den Mülleimer schmeißen sozusagen. Das finde ich aber ziemlich gut. Das kopiere ich mir jetzt einfach ins Clipboard, also in die Zwischenablage und kann das hier einfügen. Ich hätte das Ganze jetzt aber auch direkt, wie gesagt, im Boss-Mode, im Editor machen können. Und damit ihr versteht, was man damit alles machen kann, gibt es hier eine kleine Hilfe. What are Jasper Commands? Und dann gibt es hier nochmal ein ausführliches Bootcamp-Video. Aber da stehen jetzt zum Beispiel so Beispiele wie, write some blog post titles about lawn care oder write some headlines based on the product description und so weiter. Und dann, wie man so ein Kommando eben ausführt. Also Command Enter am Mac ist bei mir jetzt immer der Fall. Ich bin am Mac. Und ganz wichtig ist eben, wenn man so ein Kommando ausführt, dann sieht Jasper, also sehen jetzt in Anführungszeichen des Kommandos, aber auch 2.000 bis 3.000 Zeichen über dem Kommando. Bis man eben mit drei Sternchen kann man quasi den Bereich eingrenzen. So, was Jasper immer noch sieht, ist der Titel, die Content Description und die Keywords. Außer ich habe sie jetzt ausgeschaltet. Die Funktion habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Hier seht ihr so kleine Schalterchen. Also ich kann sagen, toggle off oder hier Content Description, toggle on, toggle off. Oder tone of voice will ich jetzt nicht. Oder Keywords soll er jetzt ignorieren. Das mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal so eine Outline generiere, kann ich einfach mal die Keywords weglassen. Und da diese H1 quasi ja schon hier oben drin steht und ich liefere den Titel mit, könnte ich jetzt zum Beispiel hier, wie gesagt, diese drei Sternchen reinpacken. Und wenn ich jetzt hier ein Kommando ausführen möchte, dann würde er nur bis zu den Sternchen eben gehen. So, ich habe ja hier schon eine Outline. Das heißt, ich würde auch hier einfach mal die Sternchen einfügen und einfach nur sagen. Und hier habe ich festgestellt, ich kann zwar in Deutsch auch sagen, schreiben Sie einen Titel und so weiter. Aber tatsächlich funktionieren diese Jasper Commands derzeit in Englisch noch deutlich besser. Das heißt, ich fange jetzt hier auch an, in Englisch zumindest meine Kommandos einzugeben. Da habe ich das einfach mal übersetzt. Zum Beispiel eben jetzt hier, write an Outline for a Blog Article about choosing the right WooCommerce Hosting. So, und jetzt, ich kopiere das immer nochmal, dass ich es nochmal ausführen kann. Das ist immer ganz schön. Und jetzt drücke ich einfach dahinter, Command Enter. Und jetzt sieht man schon, Jasper fängt an zu arbeiten. Wichtig ist auch, wie gesagt, dass die Output-Länge auf L steht, dass ihr hier auch viel rausbekommt. Das ging jetzt auch ziemlich schnell. Und jetzt habe ich nämlich noch einen Vorschlag quasi für eine Outline. Und ich kann das Ganze jetzt einfach beliebig oft hier wieder ausführen. Und jedes Mal bekomme ich, ja manchmal auch sehr ähnliche, aber eigentlich jedes Mal quasi eine eigene Outline. Und daraus baue ich mir jetzt quasi meine Artikelstruktur zusammen. Das heißt, ich suche mir jetzt das aus, was für mich am sinnvollsten ist, optimiere dabei auch die Reihenfolge. Das kann ich am ehesten machen, zum Beispiel, wenn ich die Zahlen davor einfach wegnehme und eine Liste daraus mache, entweder eine sortierte Liste oder eine unsortierte Liste. Dann kann ich auch die Reihenfolge ändern, ohne dass ich hier irgendwie die Zahlen wieder ändern muss. Aber das sind so kleine Tricks, die werdet ihr euch selber rausfinden. Ihr werdet da euren eigenen Workflow finden. Vielleicht wollt ihr auch vorher die grobe Artikelstruktur selber nach einer Recherche schon erstellen. Ja, aber wie gesagt, da findet jeder bestimmt so sein Doing. So, jetzt muss ich mal kurz hier mich konzentrieren. Und so kann dann ein fertiger Artikel nach ein bisschen, ja, manueller Nacharbeit, selbst von den internen Verlinkungen, final aussehen. Ich habe hier noch ein paar Screenshots von dem Secure-Plan eingefügt und darauf hingewiesen. Das ganze Thema, ja, allgemeine Tipps nochmal zusammengefasst. Die Bedeutung der Datenschutzrichtlinien. Und im Grunde genommen hat mich Jasper im Prinzip dabei unterstützt. Also es ist jetzt nicht so, dass Jasper mir den kompletten Artikel geschrieben hat. Es hat mich einfach unterstützt und mir Ideen gebracht, in welche Richtung ich gehen könnte, welche Aspekte ich in meinem Artikel verwenden könnte. Und bei relativ einfachen Themen, also wenn ich einfach nur sage, erklär mir doch mal, zum Beispiel, erklär mir doch einfach mal, was ist WordPress allgemein so als, ja, Glossar-Eintrag. Dann funktioniert das wunderbar. Dann kann man die Inhalte sehr, sehr gut übernehmen. Bei wirklich Blogartikeln, die sollen ja, also aus meiner Sicht zumindest, immer einen Mehrwert haben. Das heißt, der Nutzer soll immer irgendwas lernen, irgendwas von meiner persönlichen Empfehlung oder Expertise oder Erfahrung irgendwie mitnehmen. Das kann natürlich Jasper nicht. Da ist es jetzt meine Aufgabe, genau dieses, ja, diesen Mehrwert sozusagen in den Text noch mit reinzustecken. Und dann kann man eben da wirklich viel Zeit sparen, um sehr, sehr gute Artikel, die auch gut ranken, ja, online zu kriegen. Soweit von mir. Viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank.